nicht allein die Schüttung das in die Krupp zu den Zehner das ist doch egal er hätte ja auch mehr von meinem Monat und 70 haben haben die mich auch ein Haus auf ein Lebenspunkt und der Gehaut nur mit einem Schlag als wir auch noch mal das war krank man kein Wort noch mal zu sterben er hat so du solltest mir im Grunde besorgen damit wir das feiern können sie auf dem schwarzen Brett nach ob sonst noch einer ein Job für dich hat wo es mir schwarzes Brett das sein kann an Haas doch kann man ja auch wer erhalten müssen wir aber sehen aber mit einer Kugel ich habe es ja nicht mehr ich bin damit sieben und nee ich bin nicht sie ich mache es nicht mehr aber es war und ich bin damit zwei der Wiener lebt sie ist auch in der Welt 6 auch scheiße die Kräste und erst mit dem sie machen das heißt wir machen bei dem anderen Tipp noch eins für das sollte man ein Land wird seitdem gerade schon eins laufen oder ja doch haben wir da waren wir das noch schnell ja und schwarzen Platz ich bin ich bin nachdem ich bin 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 so war so müssen wir machen komm her ach hier ist das schwarze Brett ja dann machen wir doch mal da Kettcher Kettcher weiß ich bin ich bin zu drückt so es gibt es sogar was wirklich passen von mir was habe ich getan wir haben eine neue question zwischen ist und so was machen so hier noch dann wird es noch ach da mal jede Menge das ist er dahinter oder Worte immer schon alles mitnehmen ja bis in den Tag okay ach was habe ich mit mir das ist jetzt ein Chat oder was ach das ist echt ein Chat okay komm jetzt so so jetzt die wir bestimmt wieder drauf auf hier gibt es der Bezinger aus Gäx aber wir gehen nicht drauf das ist auf jeden Fall hier hinter und es gibt keiner oh scheiße okay wir gehen drauf da verdammt die gehen sogar Holmer hol mich hoch und noch einmal ich komme immer auf das dumme Schreibdinger Prozent da hat das war knapp Prozent der Mann kann ich jetzt im Ausmenü wo ich was schreibe hat sie sind das jetzt so ist klar kann er leider nicht helfen wird zu langzuholen es war du bist mir aber noch irgendwas rumliegen doch hier immer noch mit das ist ja fertig gemacht ja, es wird nicht gemacht das sind ja immer noch welche das ist wo du kann man sich denn mit C ohne 100 nein helfen wir das hat es nicht mehr mein Munition hey, helfe mir mal hoch, Digga ich auch nicht schweißel Mann also die sind schwerer als wir gedacht haben immer schafft es ist stark der größte Zeit für mich okay machen wir es nochmal ran erstmal kurz E-checken was man hier so wechseln kann ach die habe ich gar keine Muni ähm dann nehme ich die natürlich auch nicht dann nehme ich da in diesem Fall doch lieber mal diese diesen Repeater hier die ach die zieht nicht so gut kommst du Moment ich brauche eine die noch besser zieht äh die habe ich so oft dann nehme ich einfach die hier die wird schon gut ziehen so ja man die kennen wir schon die ist richtig nice so wird zwar im Endeffekt das gleiche rauskommen aber ich denke ein bisschen mehr ziehen wird sich schon so so wir müssen auf den Big Boss uns Fokus aus fokussieren auf Kollege auf dem Boden hat das sucht die ganze Zeit noch aus und blöden Kopf zu ziehen und gehe nicht und gehe nicht auf das Ziel bist du Reggie welcher davon ist er der Bord der ist der Läufer der ganz große der sieht aus wie Joshua also der alles klar und das so scheiße ich würde sterben aber das macht mir jetzt nichts ah keine Munition mehr ich gehe down Scheiße das würde mich bringen nein schon wieder nix ach komm verdammte Scheiße wir sollten das doch ein bisschen anders angehen ja würde ich oder so so die hole ich mir jetzt und dann hat sich das Thema ganz einfach erledigt so so und zwar hätte ich da gerne ähm hätte ich da gerne ja so mal gucken ob die ein bisschen mehr was drauf hat nach meinem Geschmack das Baby ach scheiße das war die falsche Munition dann kaufen wir einfach die hier auch mal noch äh ne so das hier wird die richtige Seite jawohl da kaufen wir gleich nochmal eins so okay meinen Snapers so ich habe jetzt auch eine richtig nice als ich habe jetzt nehmen dann bei CSR es gibt sie auf jeden Fall auch um die heißt die Prozent die 90 genau eine P90 oh nice also nur dass die P90 hier in dem Spiel nur 28 Schuss hat aber ich denke es ist egal so dann machen wir uns mal gefasst oder ja die zieht sehr gut ne die hat 36 Schuss boah die zieht richtig geil nur ich bin schon wieder auf den Chat gekommen wo es hat beim Haus da hat hat uns gesehen er hat uns gesehen würde da ist nicht nur mit dem Mann der Hälfte Schöpfer immer komme ich auf den verfickten Chat mach ihn kalt mach ihn kalt mach ihn kalt ah fuck du bist viel zu offensiv mein Sohn davon wirst du nicht lange überleben da kann ich dir auch nicht helfen du musst sterben sorry bitte nein egal nachladen so und scheiße Munition allee scheiße leider mann packt scheiße mann alleine hat es kein Wert und müssen es ist ein bisschen mehr die Gassen wollten es haben der Witz und das wollte ich jetzt in der Höhe kommen auch mit der Welt ja ich frage mich nur die sind äh ich meine über die Däume kriegen so ein neues Magazin dran so jetzt habe ich noch ein 100 HP jetzt muss ich hier durchkommen weißt du wie viel? ne, war ein Schock vielleicht ist das besser wenn man nicht abklären uns irgendwie hinschleichen erstmals eine Art Genossen ausschalten na, na, es ist nichts weil weil er macht den kompletten Schaden Scheiße, der braucht uns ein paar Mal treffen verdammt der Scheiße verdammt der Scheiße mir ist aber gerade die Munition ausgegangen nein, helfen wir auch schnell nein wir haben schon wieder verschissen nein, leider das war mal falsch so so das stammt, ich liegt hier immer noch Mann, äh okay, dann machen wir mal weiter so ähm was muss man jetzt machen äh, müssen da wo wir stinkt dümmsen äh, ich mach mal einfach mal eine neue so okay also gehen wir da mal hin was, wir haben, wir haben doch eine Quest doch offen ja, das macht doch nichts doch wir müssen die Quest abschließen, dann können wir erst dahin schauen wir uns das trotzdem mal an okay boah ich komm immer auf den hässlichen Chat und ich weiß immer nur nicht auf welcher Teil der ist unsere Story begann als die Hyperion Corporation die Nase gestrichen voll hatte von den Schatzjägern die Kamera war gesperrt, sie hatten ihren Zweck erfüllt waren jetzt schlecht fürs Geschäft warum den vollen Preis für Waffen zahlen, wenn man sie der nächstbesten Leiche abnehmen kann Hyperion wollte sozusagen den Abfluss freikriegen aber diese Typen waren ein zäher Haarknäuel du hast doch gesagt, die Schatzjäger sind der Abfluss jetzt sind sie das Haarknäuel? äh, ja, die Schatzjäger verstopften den Fluss von äh und den schmutzigen Profit und äh dieser Vergleich ist blöd ja, ach, Schluss jetzt wichtig ist, Hyperion hatte einen Plan die Schatzjäger wurden in der Regel mit allem und jedem fertig aber mit einem hatten sie nicht gerechnet mit dem Interplanet Herren Ninja Assassin Claptrap dieser Claptrap war dann aufprogrammiert unsere Jungs indirekt auszuschalten durch Fallen, Gift, das Streuen böser Gerüchte ihm war alles zuzutrauen ein helles Kerlchen, zu hell er sah sich um und es gefiel ihm nicht, was er sah Claptraps wurden unterdrückt, gedemütigt, zerstört was wir Programmierung nennen, nannte er Sklaverei also sammelte er seine Mit-Claptraps um sich und hetzte sie gegen ihre Firmenherren auf was als Rebellion anfing, wurde zu einer Revolution und jetzt rate mal, wen Hyperion rief, um das hinzubiegen uns bestimmt ok ah, die Aussicht, die ist doch schön ja, aber schauen wir es doch mal ein bisschen um ja vielleicht findet man ja etwas Spannendes vielleicht sogar neue Waffen das ich jetzt nicht glaub vielleicht auch schon stopp langsam Atombatterien für die Power, Turbinen fürs Tempo, oh was das hier wohl bewirkt oh was das hier wohl bewirkt Sprechen wir mal bringt Hans Klappteil Bauteile, hm, schau was machen warte mal, du machst jetzt erstmal noch gar nix Schwierigkeitsschwer, nein halt die Augen offen, hallo mein Augenrein ok start mal hast du jetzt die Map, äh, die Quest gestartet? ja das geht nicht wir müssten die als Quest, äh, erledigen was muss denn? die alte Quest die labert mir zu viel komm mal, dass wir wieder zurückgehen was ist das denn verdammte Scheiße sieht aus wie Zatellit ja, so sieht es auch aus, aber das ist so wenig groß was ist das in der Mitte das ist das Ding, das dann hochschießt auf die Sonne oder auf den Mond ja das Ding bewegt sich auch also, dass wir wieder zurückgehen und die die Quester fertig machen warte mal, lass uns doch ein bisschen noch rumgucken wir kommen hier nachher, ganz bestimmt noch mal hierher aber das er nämlich noch mit so dann starten wir wir drückt wir müssen uns auch noch überlegen wie wird den Bordhetz erledigen ah, das wird jetzt schon ein bisschen schwerer gestern haben wir auch eine Gleichschaft ja da zu ziehen werden wir auf keinen Fall nee, das geht doch hier gar nicht vielleicht gibt's ja war okay ja 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 das das ist noch ich muss mir noch mal Kanaten kaufen das ist das denn ich darf mir hier noch nicht nein 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 ja ja so einmal noch jetzt habe ich jede Menge Munition das könnte mal starten ich denke, 97 Schuss dank von der habe ich zwar gar keine aber das macht mir jetzt nichts es ist schon wieder dunkel ich glaube, es wird so ein bisschen schwerer wartest du Gott auf mich sie können, ich knallte schon mal vom Weg, sollte sie kommen da ist schon der Erste da ist schon der Erste volltreffer lass ihn mal am Leben ich tue ihn schon weg machen bist du taub oder bist du behindert das nicht das nicht das das okay du kannst du dir nicht mehr auf dem auch nehmen nehmen sie auf führt dein Leben ja, was zu nehmen das kann ich ja, okay alles klar okay, wir müssen uns auf den nein wir müssen zusammen sein damit der andere wenn wir uns aufteilen ist viel leichter aber dann gehen wir beide drauf gehen wir nicht wir werden schon schaffen, jetzt chill okay, greift du schon mal an dann habe ich ihn im Messier greif ihn jetzt an nein Brustach da hinten ist er er sieht mich glaube ich ich nur einfach mal nein nein helft mir hoch nein viel Spaß mit der Granate meine Freunde so scheiße ich werde keine ich denke das ist die Lösung ich nehme eine Granate mit wäre vielleicht gar nicht so schlecht okay, aber ich glaube wir haben da echt eine falsche Quest gestartet, die ist noch zu schwer die kann man da beenden ich gucke mir mal grad den kann man gar nicht jetzt schon bis sieben, wir bräuchten da ganz andere Waffen dazu ja, ich gucke mir zu ja, ich gucke mir zu ich gucke mir zu ich gucke mir zu dann lass uns so um sobald wir um Fieger töten um wer wer hört lass uns bleiben und dann haben wir uns ganz normal wache start und dann haben wir ein Medikid ich bin schon wieder von Chat gekommen okay, lauf hier das nehme ich auch noch mit vielleicht gibt es beim Werner hinten noch was ich schon mal eine Zeit ich glaube, ne, beim Werner gibt es glaube ich nichts großes mehr riecht nach außenwäldler wie gefällt ihr unser Planet, hm? das ist glaube ich ein kleiner Buck hier habe ich vorher schon das Geld rausgeholt falls du mal irgendwas brauchst irgendwas sag mir einfach Bescheid gerne ach, ich brauche irgendwas, kannst du uns im Bauernherd irgendwie nicht vielleicht du hast doch nur noch ein Bein, es gibt bestimmt es gibt es nicht wie gefällt ihr unser Planet zappelst, 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 gut um ja da ist das hier gerade abgeschlossen, ab so läuft läuft wer sind sie haben bei dem ja auch noch was laufen, ja was man ja lauf mir nach man lass dich nicht für diesen ekligen Skalpviech an kriegen mach ich schon nicht so ahja, stimmt, okay gut, wir können andere Quests erfüllen ja ich habe gerade eine laufen bei diesem Werner komm komm ja ich nicht ach, den TK für Leben und Leib als Skat Skat getötet und TK für Haarsbein ja jetzt komm einfach mit mir laufen erstmal dahin wo wir hin müssen dann sehen wir ja was wir machen müssen ja kann man da hoch gehen? komm hoch warte mal jaja hab ich das nicht schon einmal irgendwann mitgenommen? doch, fast und alles klar bei dir ist so ja ja jaja oh, das hat wehgetan Schnellensmauer ein so die können aber schnell springen ja das ist jetzt auf ne ich bin immer noch nicht auf dann gehen wir mal weiter vielleicht solltest du da mal drauf drücken so auf geht's da müssen wir noch Park was erledigen und dann passt schon wo man wieder Geld in Kauf und Spez das erwarten wir schaffen auch vielleicht die eine Quest an Prozent steht hier so rum SMG Munition so kann es mir gehen dann ist sie damit noch her das war meine Munition weg so hier gibt's Waffen äh Munition so dann gehen wir weiter komm ja okay komm ja ich hoffe die Quest ist auch nicht allzu schwer wie die eine davon so so jetzt gibt's schon grüne Viecher von denen verdammt verdammt drückt man kaum deine und 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 deine Fähigkeit zu Deines Geldes als der kannst du dann zuerst um dann hast du was ich würde einfach über und so wird ein Action Skir 8 bis 8 der Lärm des Sieben so hier oben können wir aber nicht weiter also wie tun irgendwie nee das kann uns vergessen das sind wir verdammte Scheiße so ein Mistflieg wisst ihr auch komm das das schaffen wir schon mal komm 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 soll ich dich hoch holen nein ich hab's geschafft jetzt ich hab's geschafft das weiß ich inzwischen auch so so ach ich habe müssen ein paar das weiter gibt es mir bitte warum denn jetzt habe ich sehr ich weiß dass aufs Bedeutung eigentlich ganz nützlich so ein Ding ja was ist das die werden schon mal sehen was sie davon haben die spritzen uns einfach an komm her du dreckst du was denn an mir nein war wohl nix ich habe überlebt die Gebühren sind zu teuer hol ich mir noch mal Sniper Munition nein holt ihr lieber ich hab doch schon Sniper Munie gekauft die Sniper ist richtig geil mit der bräuch ich egal wohin nur einen Schuss so so verdammt die Viecher ich hätte gedacht du hast sie was heißt noch mal hätte ich nicht mehr mit der Sniper ein Schuss dann brennen die Viecher das das macht's eigentlich richtig fun warte mal ich hab ne Waffe das ist die nächste 16 ok weiter ha ich hab das ne gute Waffe wie nice da müssen wir falsch ja es ist falsch Martin lasst das das wir kurz angucken das ist so nice ein Schuss mit dem die Viecher sind so sehr erledigt also wir müssen wir müssen grad aus runter oder nein lasst mal lasst mal gleich die komplette rap ach geh mal einfach weiter wir haben Sni aber total falsch und es kann gar nicht weitergehen so wir sollten erstmal hier irgendwie gucken wo es lang geht komm zurück wir sollten erstmal hier irgendwie gucken wo es lang geht ja und zwar hier wo da kann man nicht hören genau bleibt man da stehen ich geh näher an die Wand hin ja das geht tatsächlich ich geh hier an den Ritz hin du sollst jetzt weglaufen egal da kommen wir nicht hoch ja das kann man hier total vergessen ja das kann man hier total vergessen bis der Klappe was aktivieren ja 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 ist ja 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 immer schön es kommt ja den Küster ich weiß es ist ich muss auf Kalken kurz alles klar so wieder eine kleine Aufnahme Pause gemacht und weiter geht's und so und wieder den in der Nacht auf Mann sind wir es so gießt naja was macht man nicht als für YouTube mehr acht wird das Thema um 3 so das andere das ist ja wie bei was weiß ich wo die zahlen nicht genug damit ich dir den ganzen Tag wieder auf die Beine helfen kurz auf der Karte gucken ja ein bisschen ganz aus so rumlaufen hat sich gerade aus okay als Mann ist es echt kompliziert die Macher ja die Mannschaft sie da war das spieler doch gleichzeitig irgendwie die Ähnlichkeit von Red Dead Redemption denn bei Red Dead Redemption machst du auch verschiedene Crests ne ähm also verdammt der Scheiße du machst verschiedene Crests ähm bei verstehenden Typen wie hier auch ist jetzt und ähm Red Dead Redemption wie wir wissen der Herr Sarasar spielt es ja zur Zeit mit dem Herr Kollege Kronk ähm ist das Spiel auch ziemlich lange also das Spiel wird auch ungefähr so lange dauern wie Red Dead Redemption nicht länger und nicht weniger selbst jetzt zurück zum Spiel wir auch für Zweiter ja jetzt ist es auch so ab und ab und dort hat aus der Welt aber ich hatte die Gare kann ich gleich noch mal bis ins Lande Munizium kaufen ab das hat auch noch was gekostet ich bin noch nicht mehr das ist doch ich habe aber ein Sniper er hat das Wolltieren dann wird der um nachkommt so zum Sturmgewerter er habe die Folge ein bisschen die habe ich davon aufgesammelt ich muss nur einmal irgendwo hinschießen egal wo ja du kannst aber meine Sniper haben wenn du willst das geht ich nur wüsste wie die das geht wie das geht dann jetzt ist es so wichtig ah ja Spaß wenn du weißt wie es geht der Künfte haben also schon mal meine Sniper ankommen her wo bist du guck ich muss halt schießen und macht es das hier das wird dann zu rot das ist Feuer gell ja dann brennen die Viecher und sterben daher brauche ich auch nur einen Schuss jetzt bleib mal da ich mach den gleich fertig ein Medikin hast du dir ein Schaden Rüstung der Schild gekauft ne du ja brauche ich doch nicht und durch dich wenn ich schaue verdient verdient ist es so rum mal gucken sie gehen mal weiter wir müssen lernen da haben wir es davon liegt ja jetzt links ja schon ja 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 also ich bin erlacht so ich denke das Level hat hier bei dem Together wenig zu sagen doch schon so 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 jetzt müssen wir weitergehen kommst du so 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 ja ich bin es auch gerade schon angeschädigt so was hat denn das im Kopf drin stecken ne Spaß irgendwas so 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 komm her du streckst wie schnapp mir nicht meine Beute weg so so Was ist das? Warte mal! ich habe es auch aber die Sniper, die ist echt richtig ich habe mich voll in die verliebt, das muss man schon zugeben Scheiße, das sind so viele los war ich doch schon zwing mich nicht nach malig aufzuheben ja unter warum ist denn mir überhaupt hier hochgegangen jetzt das Runterspringen überlebe ich doch nie im Leben doch ja gut mit 43 so ich werde jetzt mal wieder kurz meine Para, äh meine P90 hier aus die kann dann wieder weg ach ich kann auch drei Waffen reintun gell ich weiß es nicht ich weiß es nicht und zwar wo haben wir die wo habe ich die denn jetzt hin ich glaube ich hab die gar nicht mehr doch hier so und zwar nehme ich dann nehme ich um Mama Säden ich habe hier auch noch angezeigt hier auch ja bei der ich bin auch krank ja da hat es sich 3 Krippieren und sterbenden Wünschen gut bei die Züge hoch also die Waffe die 6 Maschinen das muss man nicht zugeben ja und eine kleine Info wenn ab und zu nicht folgen immer kommen das ist ziemlich viel Arbeit alle zu machen das ist das abschließend dann zurück also warum das immer so dreckslang laden muss das kurz mich jetzt schon an also das könnte man auch anders machen es gibt schon Spiele da das ein bisschen besser klappt also naja ich auch von 2008 da kann man nicht sehr viel erwarten 2009 er ist das gleiche aber mehr achtet in den neuen zahl ist zahl sie sich hier was sie denken ach das kann ich wirklich brauchen so ich gar nicht brauchst du die n das Thema ja die Waffe die gefällt mir es muss man jetzt wissen dass er zurück zum Werner gehen nach dem Werno ok und dann beim Werner natürlich die Quest voll abschließen da ist er ja der alte Banose riecht nach außenwäldler wie gefällt dir unser Planeten so das war's denke ich alles klar ach hat ach hatte dachte nur okay nur ein Bein er hat er ist der hatte doch nur der hat auch nur ein Bein er hat doch nur ein Bein ja danke ich weiß es ist hart hier draußen und hat so ich werde ich werde dafür dass mir geht zurück und schließen bei der Tose die nächste Quest aber das hat mir richtig gefallen mit dem Satelliten okay ich werde dafür dass die die ich hätte sie fest mit dem Märm mit dem Verzack da machen als so um nehmen wir machen die Nähe und hält Bordet der der Tief also die LR vorzunehmen ganze sich an das ich denke zwar eher der Chance noch was ist gleich das ist okay dafür kommen ich habe ich ja auch richtig die Gäste weiter und dann haben wir ja nicht weiß ich ob man jetzt schaffen sauber jetzt habe ich ja das weiter dazu ist es nicht ich bin nicht ob sie optimistisch optimistisch sehr optimistisch und erhält sich optimistisch und ja das mal direkt kann er sagen ach die ist schon an oder wie die Christ der Fenner ist aber noch nicht da wo ist der ja wir müssen die Quest auch schon mal anfangen das ist ja schießen ab, schießen ab erstmal eine Granate ja ich habe ein MG hingestellt da steht jetzt ein MG von mir nein komm sofort her ich gehe auch dort lass den doch da stehen du Vollidiot so komme ich doch nie hoch man ey du bist echt ein Vollidiot mein Gott wir waren kurz davor wir waren nicht kurz davor du hast sie mir weggeschnappt dann hätte ich mir nicht noch hochhelfen können nicht immer so edutistisch sein wo sind wir gerade wie viel uns das jetzt schon wieder gekostet hat verdammte Scheiße naja wir waren ganz gut eigentlich ja wir waren ganz gut jetzt habe ich kein MG mehr jetzt können wir uns ein neues kaufen wie kostet das? ja soviel wie der Eintritt hier gerade in das neue Land auch gekostet hat polnische Teurer ach ja wir schaffen warte mal ich gehe mir kurz Granaten kaufen ich gehe mir kurz Granaten kaufen ich habe noch zwei Sniper Munition ach ich habe kein Geld mehr ich habe den Eintritt wohl gezahlt verdammte Scheiße verdammte Scheiße das war nicht so leicht wo bist du schon wieder? ach die kommen schon ja sag doch was ja ich hab's doch auch Reiterstörungen gesehen du voll ich geholt danke so da liegt ein Arm von dem war ich nicht ach was war ich nicht Spaß klar was das tut war aber nicht mein Freund okay der Angriff leitet somit zielen beide auf denen gleichzeitig schießt man auf den Kopf okay aber da wird nicht direkt da umgekehrt zu oder bei der Fall war für Arsch zu kommen das wissen sie glaube ich schon bescheiden da ich bin da liegt der Angriff aber da war aber aber schießt hinten hinten ich brauche ich das hätten wie bei euch das Schatz Scheiß im Geh auf weißt du es zufällig komm her ich bin